Wie ist es, meine Freunde? Ja, ich bin in Mubi Park, es war ein bisschen schönes Wetter, egal, ich war gerade auf die Achterbahn von Helsing, ja, ich bin schon mal wach und jetzt geht Richtung Holzachterbahn an, ich werde wieder nach vorne und dann wäre flach, morgen gehe ich auch noch, läuft, ja. Je nachdem, ich bin schon drauf, viel Spaß.